Hallo liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Hekathol. Ich begrüße Sie hier in der historischen Sammlung der Robert Bosch GmbH und ich würde Ihnen gerne unsere Raritätenkammer zeigen. Das wäre eines meiner Lieblingsobjekte. Das ist das Ersatzteilkästchen für einen Magnetzünder. Aber wir haben auch eine Milchflasche bei uns hier im Regal. Und wir haben auch eine Armprothese hier bei uns im Regal. Und wenn Sie wissen wollen, was diese kuriosen Objekte mit dem Automobilzulieferer Bosch zu tun haben, dann wählen Sie unseren Datensatz aus.